Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit dem Zwergtube. Hallo schön, hallo schön, hallo schön. So, ich bin nach wie vor noch auf Asteroidensuche, hab ein, zwei eben angeflogen. Ich finde aber nur das klassische Eisen, Eis, Uran war da jetzt eben mal bei. Das ist dann schon mal ganz praktisch. Wir haben uns gefragt, bei dem Stargate-Mod eben, da brauchen wir ja dieses Naquada. Ja, so und jetzt ist die Frage, das ist ja eine Komponente aus dem Mod. Es könnte doch sein, wahrscheinlich, dass alle Asteroiden, die wir im Hintergrund schon sehen, können doch jetzt, weil wir den ja gerade erst installiert hatten, so vor drei Folgen, alle Asteroiden, die hier schon geladen worden sind, haben dann wahrscheinlich keinen Naquada. Oder hat da jemand Erfahrung mit? Wie sieht das aus, wenn man das nachträglich drauf installiert? Weiß es jemand von euch? Oder ist es so, dass der Asteroid zwar optisch angezeigt wird, aber womöglich die Ressourcen, die drauf sind, erst ermittelt werden, wenn ich in unmittelbarer Scanner-Reichweite bin? Das wäre ja dann auch ganz gut, wenn das so wäre für uns. Sonst wäre es halt irgendwie auch schwierig. Ja. Wir wissen es halt nicht. Die Frage ist gerade beantwortet worden. Was? Ich habe einen Naquada gefunden. Nein! Ja, doch. Eine kleine Extrakugel, die wahrscheinlich nur aus einem Naquada besteht, irgendwie so. Mhm. Ich bin geneigt, da mal eben per Hand reinzugehen, ne? Ja. Bring mal ein Bröckchen mit. Energiezelle. Also im Übrigen, unsere Energiezellen laden gerade auf. Drei Stunden werden sie auch voll. Okay. Also ich denke mal, wir werden ein riesengroßes Solarfeld benötigen, um das Ding voll zu wirken, jemals. Und das ist jetzt. Naja. Gut, die haben ja bisher noch keinen Strom verbraucht, ne? Die Jungs, ne? Genau. Das ist jetzt momentan alles Blankoladen, was die Teile machen. Weil es gibt ja im Prinzip keinen einzigen Verbraucher auf dieser Raumbasis. Nee. Muss ich, muss ich, mein Manneken sammelt das automatisch ein, ne? Ja, sammelt das. Okay, alles klar. Dann ist er gut. Ich dachte mir nicht, dass mir das alles wegtreibt, weißt du? Ja. Nee, wir haben den Auto-Or-Pickup-Mod drin. Ach, das ist dann auch ein Mod. Okay, alles klar. Ja. Normalerweise musst du danach Gryphon. Ach, das wäre nervig, glaube ich. Oh ja. Willkommen in meiner ersten Staffel. Oh, das war so todnervig. Ich war dann so heilfroh, als wir den ersten Bohrer gebaut haben. Weil es echt einfach irgendwann, irgendwann war es dann wirklich zäh, wenn du jeden Brocken greifen musst. Und das ist so lustig. Ich habe gerade die Frage noch in der Folge gestellt und... Tsk, na Quader. Ist, also, ein bisschen was mitbringen ist nicht schlecht, aber wir haben halt noch den... Ich habe halt da noch nichts vorbereitet. Also, wir haben noch keinen Naquader-Generator in der Base drin. Nee, ist klar. Aber ich baue jetzt mal ein. Baue jetzt mal ein und fange... Ich muss ja auch demnächst anfangen, das erste Conveyernetz aufzubauen. Also, ich habe hier einen Asteroiden, das ist schon ganz herkömmlicher und nebenan ist eine kleine Knutschkugel, so als hätte er quasi irgendwie so einen Krödel fallen lassen. Und das besteht komplett aus Naquada irgendwie. Also, weißt du, nee, komplett nicht. Aber das sieht schon so aus, wie, dass der Mod sagte, huch, jetzt bin ich aktiv, jetzt mache ich mal über kleine Knutchen hin. So, Tank 1. Das Zeug ist schwerer, als man glaubt, glaube ich. Ja, das ist muss... Also, in Stargate ist es ja auch unglaublich schwer. Ja? Ja. Also, so einen kleinen Barren tragen zwei Mann so quasi. Ne? Okay. So, dann passt das ja. Zumindest, insofern bleibt man da wohl scheinbar an der Serie relativ original dran. Stahlrohr klein, groß, bringen wir mit. Achso, warte mal, dann lass mich mal schnell schreiten. Sag mal, Stein brauchen wir nicht wirklich, ne? Ne, ne, ne. Dann schmeiß ich Stein weg. Nanu? Habe ich keinen Ausruf hier dran? Ne, ich habe ja auch keinen Ausruf hier dran. Ich bin total unvorbereitet, was das Ding angeht. Ey! Du kommst aber mit, na, Quadrat. Ich wollte dich nicht wegschmeißen. Du gehst da rein. Du gehst da mit. Ich habe jetzt, glaube ich, so was wie leichte Lacks. Ich bin mir nicht so sicher. Echt? So mal raus- und reinschmeißen von Sachen. Ich nehme mal trotzdem, ich lasse das erstmal. Ich suche mal weiter, ob ich Platin finde. Wir haben jetzt 15.000 Aquarada. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder 16.000. Keine Ahnung. Vielleicht finde ich ja noch Platin, weißt du? Ja. Erstmal mache ich hier GPS. Neu von aktueller Position. Nanu? Wo bin ich denn? Neu von aktueller Position. Was ist denn? Da. Nack. So. Okay. Nack. Nack. Was? Okay. So. Sehr schön. Dann gehen wir mal da hin. Zu dem da. Ich würde mir so gern eins Target bauen. Oh ja, ich mir auch. Ich würde mir so gern eins Target bauen mit dem Well. Mit dem Well. Mit dem Well. Mit dem Well. Also weder ist die Textur hier noch nicht geladen oder der sieht anders aus. Der ist so gräulich ganz. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass da vielleicht irgendwie was anderes mal drin ist. Außer die üblichen Verdächtigen. Mhm. Oh, ich weiß gar nicht, wo der Anfänger denn aufhört. Ich habe gar kein Licht hier. Und auf der Seite ist gerade Schatten. Ah, ist schon mal Eisen. Das ist doof. Oh, ich fliege da mal durch. Die haben aber manchmal eine komische Form. Die Dinger hier, du. Hallo? Ich sehe doch, dass es Eisen ist. Kannst du mir mal anzeigen? Danke. Eisen. Ja, Stellungskomponente. Eisen. Eisen. Herstellungskomponente. Ach doch, Scheinwerfer habe ich halt auch dran. Die Leuchten halt nicht so irre weit. Das ist das Ding halt. Das sieht hier alles nach Eisen aus. Vielleicht mal wüsste, wie Platin im Spiel aussieht. Das könnte ja auch hilfreich sein, wenn man das mal wüsste. Das ist wahrscheinlich gräulich oder so. Platin, denke ich mir. Okay. TPS. Neu von aktueller Position. Ne, das löschen wir jetzt mal. Den löschen wir mal. Neu von aktueller Position. Ast fe. So, zack. Gucken wir mal von der anderen Seite, ob wir da noch irgendwas sehen. Aber ich glaube es mal nicht. So, hier war doch noch irgendeiner in der Nähe. Den da, hatten wir den schon? Den hatten wir noch nicht, glaube ich. Und danach komme ich mal zu dir zurück langsam. Ja? Ja, ich meine, Platin bräuchten wir noch mal auch. Ja gut, kein Handy, keine Kekse. Ist schon klar. Ich meine, man könnte sonst nur versuchen, ein eigenes Raumschiff. Oder ich will jetzt auch keine Hydrogen-Triebwerke an dieses Paddelschiff machen. Weil das wird damit wahrscheinlich nicht harmonieren, sonderlich irgendwie. Weil da muss ja noch ein Hydrogen-Tank. Und das ist ja so ein Fertigbausatz, wo sich dann der Rumpf des Schiffes nachher um alles andere schlingt. Ja. Das wird dann wahrscheinlich ein Problem werden, denke ich mir. Nein, ich habe kein H2 mehr. Scheiße. Oh Gott. Wo bist du? Wo bist du? Ich treibe irgendwo rum. Sag mal, ungefähr die Entfernung. Wie konnte man Eis alle gehen? Ich hatte doch noch so viel. 21 Kilometer. Kann das hinkommen? Ähm. Ich suche dich gerade. Ja, kann durchaus sein. Das Problem ist, ich treibe auf die Planetenoberfläche zu. Ja, ich versuche gerade, ähm. Du brauchst Eis, ne? Ja. Ich suche dich gerade. Warte mal, da musst du sein. In grün. 21 Kilometer. Kommt genau hin, ja? Ich versuche mal gerade noch ein bisschen Eis zu suchen. Aber ich treibe mit 55 Meter pro Sekunde und Tendenz steigend, ne? 57 Meter die Sekunde. Ich glaube, ich werde auf... Ach, warte mal. Ich habe noch... Warte, ich bin unterwegs. Ach nee, mit den Atmosphärics was? Das werde ich hier nichts, ne? Nee. Ohne Atmosphärics, das hast du keine, oder? Ich habe, äh... Flitzerantenne, okay, alles klar, ich bin auf dem Weg. Ich habe Atmosphäre. Ich habe schon 0,6G. Deshalb werde ich auch schneller. Haha, 70 Meter die Sekunde. Das ist nicht gut, Werk. Ich könnte aussteigen. Aber, und dann? Mit dem Jetpack fliegen. Mit dem Jetpack fliegen. Mit dem Jetpack fliegen. Also quasi nicht. Doch, die Jetpack fliegen. Ja gut, wir fliegen. Das sind an, aber ich habe keinen Sprit mehr. Ich könnte die atmosphärischen Thruster anschalten, aber das würde mir jetzt, glaube ich, nichts bringen. Ich schalte die mal zu. Nee. Nee, ich komme hier nicht weg. Ich bin jetzt... Also ich bin mit Max Schub auf dem Weg zu dir. Ja, aber ich bin mittlerweile 85 Stundenkilometer, 86, also Meter pro Sekunde. Ich falle halt auf dem Planeten, 0,7G. Also am besten, also du kannst zuschauen, das geht auf jeden Fall. Ich schalte mal Strom aus, aber das bringt mir auch nichts, ne? Ich falle jetzt einfach, ne? Oder? Ich kann halt nur einen gewissen Grad mit dir hier mit. Ich fliege gerade mit, ähm, ohne Dampen, das auf dich zu und du siehst ja, wie ich näher komme mit Elbow. Du bist zu Fuß, oder? Ach nee, mit dem Bohrschiff, ja. Ja, 17. Ich wollte dich ja betanken. Das Problem ist, ich falle halt, ne? Ja, ich habe schon... Oh, ich habe erste Gravity gerade. Ja, ich weiß. Ich falle mit 104 Meter. Nee, pass auf. Kommst du nicht... Du kannst mich nicht retten. Ob ich aussteigen kann und dann, äh... Ja gut, aber ich habe keinen, 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 ähm, Sitz angebaut hier. Ja, dann treibe ich halt einfach so mit meinem Jetpack. Ob ich dann hier noch wegkomme wieder? Das Problem ist... Ich könnte 8000, äh, in der Quader mitnehmen. Das würde gehen. Okay, nimm alles, was du greifen kannst. Das kann man ja hier einladen. Ich könnte natürlich auch noch Bohren und sowas hier, äh, lassen. Aber das, das ändert, glaube ich... Nee, das macht keinen großen Sinn. Ähm, ich steige jetzt aus, ja? Ja, steige aus und versuche Richtung meine Antenne zu fliegen. Weil wir sind schon bei 0,1... Wir sind schon bei 0,1 3G. Okay, ich steige aus. Weil ich versuche dich aus, aus der Atmosphäre dann wieder rauszuholen. Ja, damit wir in Ruhe umladen können. Rettungsmission, meine Lieben. Rettungsmission. Ja, ich komme näher. Ich komme näher. Ich komme näher. Ja, 5 friendly signals. Ich glaube, dass du da eins von bist irgendwie so. Ich komme näher. Mhm. Ich bin schon wieder bei 0,1 3G. Ja, ja, ich komme näher. Okay, dann pass auf. Dann mache ich das so. Ich schalte jetzt mal die Dämpen das ein, weil ich brauche ja ein bisschen Zeit, um Stillstand zu herzukriegen. Ich muss erst mal aus der Gravität wieder rauskommen hier. Warte mal. Ich versuche erst mal nicht genau auf dich zuzufliegen. Oder bist du aus der Gravitation raus? Ich bin noch bei 0,7 G ungefähr. Ja, ich versuche erst mal auf geraden Wege hier einen Asteroiden anzupeilen und da rauszukommen. Genau. Ich weiß nicht, ob du einen siehst. Ja, habe ich hier. Der ist mit Ast FE. Achso, in 11 Kilometer Entfernung. Warte mal. Ast FE? Ja, den habe ich leider nicht. Sekunde. Moment. Den teile ich dir. Wie mache ich das? Inzwischen Ablage kopieren. Genau. V. Das müsste er sein. Ich hoffe, dass er das ist. Äh, ich habe ihn nicht. Da müsste er jetzt. Ich habe Enter gedrückt und V. Das müsste doch gehen, oder nicht? Enter, Steuerung V. Steuerung V und nochmal Enter. Ich kriege kein Signal. Stimmt. Sehe ich auch gerade. Warum eigentlich? Ähm, ich mache nochmal inzwischen Ablage kopieren. Ich muss mal ganz kurz aus der Gravitatszone raus. Ich bin aber schon bei 0,8 G. Das läuft. Okay, ich bin bei 0,6. Du siehst mich leider immer noch nicht, oder? Doch, ich habe dich ja eben gesehen. Ich sehe dein Signal. 18 Kilometer. L-Buchus? Ne, ZVF-Transporter per Single und fünf andere Friendly Signals. Da wirst du vorbei sein. Ich nehme an, du meinst den Asteroiden, wo du gerade eben gebohrt hast. Ich vermute mal, das ist der. Siehst du hier so ein Unknown Signal? Ähm. In sieben Kilometer? Ja, von dir wahrscheinlich weiter. So ein grünes Signal ist das, das Unknown Signal. Ne, ich habe nur deine Antenne. Deine Flitzerantenne habe ich im Blick. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das mit Steuerung V nicht geht. Warte mal, ich nehme mal den Doppelpunkt am Ende raus. Teilt er nicht, ne? Ja, das Problem war, dass der Asteroid schon 0,5G hat. Ja, ja, und dann verbrennt er halt permanent quasi. Ja, das war das Problem. Beim Asteroid gibt es schon 0,5G. Das ist ein Problem. Okay, also ich bin, glaube ich, jetzt bei dem Asteroiden, wo du warst. Vermute ich jetzt einfach mal. Ne, 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 bist du nicht. Ich sehe fünf Friendly Signals. Aber ich kann... Ich sehe einen ZVS Transporter Pad. Da könnte ich rüber. Transporter Pad Single 2. Da könnte ich rüber. Ist bei dir O aktiviert? Was? O aktiviert. O? Ich drücke jetzt gerade mal O. Bei O passiert auch nichts. H meinst du, ne, oder? Ne, oben macht die Antenne an von deinem Anzug. Ich sehe keine Anzeige dafür. Unten links. Neben L. Ah, jetzt ist es an. Okay. Also ich habe es jetzt 30 Mal gedrückt, deshalb, weißt du, so. Aber ich sehe leider von dir kein Signal. Also ich kann dir jetzt nichts sagen gerade. Ne, ich versuche jetzt zu den freundlichen Signalen zu kommen, die da sind in 13 Kilometer Entfernung. Kannst du mal ganz kurz, pass auf. Du versuchst zu den Signalen zu kommen, okay. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Du hängst ja wahrscheinlich mitten in dem Signal drin, denke ich mir mal. Ne, ich bin direkt... Ich war ja fast bei dir. Vom Schiff her. Ich bin aber noch... Wie viel Gravitation hast du gerade noch? Null. Null. Okay, du bist aus dem Gravity schon komplett raus. Ja. Okay. Ich noch nicht. Ich bin noch bei 0,05 Gravity. Ich beschleunige jetzt gerade mal und fliege mit ohne... Also ohne Dämpeners jetzt einfach mal auf unsere Signale zu. Ja, also ich bin nur noch 9 Kilometer entfernt. Also ich komme da auf jeden Fall an. Ich denke mir mal, dass das... Da müssen ja unsere... Aber ich weiß nicht, wo du bist. Irgendwie so. Wie weit ist denn deine Antenne eingestellt? Die müsste ich doch eigentlich sehen können, oder? Ich sehe alles hier auf der... Meine Schiffsantenne ist riesig, aber deine Anzugantenne ist begrenzt. Ach, da sehe ich Boris. Vier Kilometer unterhalb von mir. Okay. Okay. Unterhalb? Ich komme... Nee, was ist das Unterhalb? Du bist... Wenn ich auf den Planeten gucke, sehe ich dein Signal. Ich gucke... Komm ich näher? Ja, du würdest sagen, du müsstest mal nach links drehen. Aber dann komme ich wieder in die Gravity rein. Du dreh nach rechts. Das sieht so aus, als würde sich das Signal nach links... Du fliegst jetzt auf die Tagseite von dem Planeten und ich bin eher auf der Nachtseite von dem Planeten. Ah. Und ich bin auch noch vier Kilometer von unserem Donut entfernt. Okay, dann flieg weiter auf den Donut zu. Ich habe halt Angst, dass dein Anzug irgendwann keinen Sprit mehr hat. Das ist meine große Angst. Nee, der hat noch 89 Strom und Sauerstoff habe ich auch noch. Und ich habe auch noch H2. Also ich... Das ist alles super. Ich habe noch drei Sauerstoffflaschen, drei H2-Flaschen. Da passiert mir nichts. Das ist ärgerlich um dieses kleine Schiff, was wir da verloren haben. Aber das wird mir eine Leere sein. Und ich hatte so viel H2, dass ich mir da... Oder so viel Eis, dass ich mir darüber... Also es ging super. Ich dachte auch, der Balken wäre voll. Und ich musste mir das nachträglich mal im Video angucken, wann sich das Ding so phänomenal geleert hat. Weißt du? Also ich habe jetzt in der ganzen Rettungsaktion, die ich jetzt gerade gefahren habe, habe ich knapp 10.000 Eis verbraten. Also nur um jetzt mich... Ich war ja teilweise... Die meiste Zeit am Planeten war ich ja gestanden. Und das in der Atmosphäre. Und also ich kann nachvollziehen, warum du jetzt zum Beispiel dann so ein massives Energieproblem gekriegt hast. Wahrscheinlich. Ich habe da auch nicht drauf geachtet, auf die Einziehungskraft. Ich habe das auch nicht bemerkt. Ja, ich glaube, das hätte, glaube ich, niemand von uns wirklich bemerkt. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Danke fürs Abholen quasi. Ja gut, schade. Jetzt haben wir nur 8.000 von dem Daquada-Stadt und Schiff verloren. Und Platin haben wir auch noch nicht. Ich lande gerade. Ich hätte mich mehr geärgert, wenn ich Platin gefunden hätte. Und das wäre jetzt weg gewesen. Mhm. Also, mh. So. Verstehe ich. Warum machen wir das mit den Teilen der... Ah, da bist du ja. Hallo. Hallo, Bell. Ich wollte dich retten. Das ist aber nett. Danke. Ach, wie traurig. Wie traurig. Ach. Home, sweet home. Ja, nächstes Mal bewege ich mich nicht so nah in Richtung eines Planeten. So, Bell. Jetzt pass auf, komm mal mit. Ja. What the heck? Das ist mein Teil. Was hast du denn hier alles gemacht in meiner Abwesenheit? Das ist ja krass. Jetzt pass auf. Jetzt drück doch mal dieses untere Knöpfchen hier. Ja. Und dann schau zum Tor. So. Reinspaziert. Dann drück ich nochmal drauf. Dann siehst du auch, wie das Ding funktioniert. Ja, cool. Eine Vault Door. Jetzt müsst ihr noch Wumpf machen, ne? Oder sowas, ne? Ja, oh, das ist so geil. Mit Geräuschen haben sie es nicht so, ne? Die Entwickler, oder? Mhm. Das ist unsere Schutztüre. Cool. Die fährt nach oben. Ja. Kann man dann hochfahren? Das, wie ich hier die Seitenverkleidung mache, weiß ich noch nicht. Was soll hier, soll hier was rein, oder ist das nur? Das ist quasi der Eingangsbereich in unsere autonome Fabrik. Okay, alles klar. Es ist auch, zum Glück ist die Vault Door auch echt günstig gewesen. So, mein Lieber. Und hier sind die Aquada Generatoren. Was ist das hier? Ne. Das sind alles Cargo. Kleine Cargo-Container, einfach nur, damit man Lagerfläche hier in verschiedenen Cargos hat. Oder wo ist denn hier einer? Das ist ein Aquada Generator hier, oder? Das ist ein Aquada Generator, genau. Aquada Production Facility. Moment, da könnte ich doch mal eben kurz das Erz rüberholen, oder? Da könntest du die Aquada Ingots, könntest du quasi dann in, ähm, Aquada Barren pressen. Ja, ja, das, warte mal Sekunde. Na, cool. Aber das weiß ich jetzt nicht, wie viel Sprit wir dafür noch haben. Ach du, unsere Raffinerie hat das schon umgewandelt im Heli. Was? Ja, wir haben das schon, doch. Ich dachte, da brauchen wir extra die Dinger dafür. Also, wir haben jetzt aus dem Erz Aquada Ingots gemacht. Ah, okay, dann müssen wir diejenigen, welchen jetzt noch in diesen Aquada Generator. Okay. Ich dachte, wir müssten das Aquada herstellen, äh, die Aquada Ingots herstellen. Ne, die Ingots, das ist, das passt schon. Und die müssen jetzt in eine von diesen Anlagen rein und dann können wir daraus ein Aquada Barren fertigen. Und die brauchen wir ja für den Bau. Aber ein Aquada Ingot ist doch ein Aquada Barren, dachte ich, oder? Nein. Ach ne, ein Aquada Komponent machen wir daraus. Ein Ingot ist ein Barren, Ingot ist Barren. Daraus machen wir dann Aquada Komponents. Jetzt packe ich da die Ingots rein. Ja. Und? Dann macht er von alleine nichts, ne? Ne. Hab schon. Jetzt macht er. Ah, das findest du unter Produktion dann, ne? Wahrscheinlich. Genau. Ah, dann Aquada Bar, Neutronium Crate. Und Trinium Crate. Ja, das sind halt noch, da gibt's halt noch, da gibt's jetzt noch andere, ähm. Ja, Trinium Ingot, die brauchen wir nämlich auch noch. Neutronium und Trinium sind die zwei anderen Rohstoffe, die es noch gibt. Sehr interessant, aber nicht mehr für diese Folge, mein Lieber. Also, lass mal kurz, wir haben aus 8000, aus 8000 haben wir so mal 250 Barren bekommen. Mhm. Und aus den 250 Barren kriegen wir, Moment. Ah, 240 Komponents raus. Wenn du mal guckst, immer wenn der einen Barren runterzählt, zählt der eine Komponente hoch. Das heißt, aus 8000 kriegen wir 250 ungefähr raus. So, lass mir ganz, ganz, ganz kurz nur, um zu gucken, wie hoffnungslos das ist. Okay, das reicht für zwei Stargates. Nein. Ne, hör mal hier ein Stargate dran. Was ja schon mal ganz geil ist. Also, ein Stargate kostet 100, so. Und wir können jetzt zweieinhalb Stargates und, naja, irgendwo auf dem Planeten, wenn wir unsere andere Hälfte brauchen. Ob das Schiff das überlebt? Nein, wenn's auf dem Boden aufknallt, dann knallt's auf dem Boden auf, ne? Ne, das ist kaputt. Danach, das findest du kein, das geht ja mit maximal Speed, also mit 100 Metern die Sekunde kracht das ja auf dem Boden irgendwann. Man könnte höchstens, wie gesagt, mir wurde ja so ein Dropship vorgeschlagen. Ich glaub, das hat Fallschirme dann dran, denk ich mir. Ich muss mir den Text dann mal durchlesen. Ja, das kommt mit Parachutes runter. Dann könnte man ja, theoretisch könnte man, ja genau das, was mir versehentlich passiert ist, einfach mal ein Schiff bauen, das runterfallen lassen mit Fallschirmen. Und das hat dann schon ein Stargate dran und dann könnten wir unten auf dem Planeten runter beamen. Und beamen uns wahrscheinlich mitten in so einer Alien. Oh, ich seh's kommen, das wird super. Kiste. Also, ich hab jetzt mal geguckt, weil, mit den aktuellen Batterien, ich schau mir mal so ein paar Batterien gerade an und die sind in acht Stunden bei der jetzigen Fabrikation entladen. Das heißt, diese Naquada-Facilities sind gar nicht mal so heftig vom Energieverbrauch her. Ja, das stimmt. Ah, und wir haben auch gerade quasi keine Sonne mehr, okay. Ja, es geht jetzt gerade irgendwie, die haben irgendwie ein Eigenlicht, kann das sein? Die haben ja unten so eine Art Glut. Das leuchtet auch. Ja, ja, nee, ich wollte nur gucken, also jetzt gerade kriegen unsere Batterien auch keinen Strom mehr, das meine ich nur damit. Weißt du? Das heißt, ähm... Ja, jetzt ist es zappenduster, ich seh's ja auf dem Solarfeld. Ja, dann hältst du die fast die ganze Nacht über, ist doch okay, finde ich so. Also, ich denk mal, wenn wir jetzt hergehen, es kommt noch ein bisschen Energie, kommt noch. Hm. Aber wenn ich jetzt guck, wenn wir diese Solarzellenreihe verdoppeln würden, weil wir haben die Reihe, die wir jetzt aktuell drauf haben, wenn wir die jetzt verdoppeln würden, jetzt ist aus, jetzt kommt nix mehr. Und dann vielleicht noch eine Sauerstoff-Farm oder sowas aufbauen würden, für den Fall, dass wir hier drinnen mal ein bisschen Sauerstoff bunkern wollen. Ja, jetzt ist auch wirklich Licht ausgeraden. Ja, jetzt ist, die Sonne ist weg. Genau, auf jeden Fall, dann könnten wir doch auf jeden Fall mehr als genug Strom hier mit Batterien erzeugen, dann wäre die ganze Base-Auto... Eben, das würde ich glaube gut sagen. Weil wir liefern ja auch nicht permanent in der Quader hier an. Nee, die muss ja auch nicht ständig durchlaufen. Eben, wir liefern ja nicht permanent in der Quader an. Also, es ist jetzt anders wie in unserem Raumschiff. Wir brauchen ja auch keine Unmenge an der Quader. Aber man könnte dann natürlich auch Eisen und alles mögliche mal reindocken irgendwie, ne? So allgemeinen Ressourcen, Erze und... Also, ich habe auf jeden Fall vor, das Stargate in den Außenbereich zu bauen, weil ich keine Ahnung habe, mit welchen langen Schiffe in welcher Größenordnung wir hier durchschleusen. Weil ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir irgendwann mit langen Frachtschiffen hier durchkommen. Ja. Und dann haben wir vielleicht ein Problem. Ja, ich glaube auch, dass das lange Dinge werden irgendwie so, weil... Ja, und deswegen baue ich hier unten den Eingangsbereich quer, also quasi Richtung Asteroid weiterhin. Und dass du dann mit dem Frachter hier rauskommst und vor dem Walldoor stehen bleibst quasi. Und da kommt auch dann noch ein Verbinder ran, dass du mit dem Frachtschiff direkt an die Station andocken kannst. Ja. Das fällt uns dann einfacher, denke ich. Ja, das glaube ich auch. Eben, eben, genau. Einfach erstmal durchs Stargate durch und dann einfach irgendwie von oben irgendwie so andocken. Ah, es ist so schade, dass ich das Schiff verloren habe. Ach, das macht nichts, weil... Das kann echt passieren. Das ist blöd gelaufen. Ich will Platin finden. Ich will, ich will, ich will. Ich höre immer noch, ich will. Ich finde die Aussicht so gut. Ich liebe es. Ich will hier nie mehr weg. Aber in der nächsten Folge werden wir rausfinden, was es mit dem Planeten aus sich hat. Was hat es eigentlich mit diesem magischen Henkel hier? Diesen Donut und Donut auf sich. Da ist nichts mehr dran, oder? Ne, ne, ne. Schaut einfach nur gut aus. Das ist schon merkwürdiges Zeug hier, ne? Auf in die Kajüte mit dir. Genau, dann sehen wir uns... Moment. Ja, ich treibe irgendwo auf dem Donut rum. Ich such gerade unser... Kajüte! Hey, Kajüte! Ich such's gerade. Ich find's nicht wieder. Da. Antennensignal. Ja, 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 genau. Ach, erstmal ein Kaffee ziehen. Das ist unten, das ist oben. Okay, gut. Wir verabschieden uns, loggen uns dann auch selber aus hier in unserer Schlafkammer. Und wenn ich meinen Weg reinfinden würde... Nicht jetzt. Okay. Ich hab gerade ein Licht vorbeischweben sehen. Ich bin tot. Mein Körper fällt vom Schiff. Oh, Will. Setz mich mal, das dauert dir noch. Wiedereinstieg, Krankenstation 2, nehm ich, glaub ich mal, ne? Hi, Will. Ich hab jetzt natürlich mein Inventar, urischerweise, verloren. Das fällt aber auch... Komm, setz dich zu mir. Das fällt aber auch runter zum Planeten, was? Ich sitz hier. Echt jetzt in meine... Kein Witz. Ja, du bist da schon drin. Ich dachte, das ist so eine Doppelschlaf-Kryokammer irgendwie. Aber nein, der Herr schläft lieber allein. Ja, genau. Ja, ich verstehe das. Okay. So, dann wünschen wir euch... Ah, Buddy-Location. Ja, die entfernt sich mit rasanter Geschwindigkeit. 860, 870, 880 Meter. 900 Meter. Ist ja auch meine Buddy-Location. Ob ich da hinterhertauchen kann. Die schlägt gleich die nächste Schallmauer. Ob ich da hinterhertauchen kann. 1,4 Kilometer. Gut, bis zunächst mal, meine Lieben. Und dann schauen wir vielleicht uns mal das Erdgeld an. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das hinbekommen. Aber ich hoffe einfach mal ganz ständig. Ja, ich hoffe auch. Okay, macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.